Gut Freunde, was läuft da beim Bauerausi? Pfosten muss ersetzt werden. Dieser Pfosten hinter mir. Da bin ich mit dem Kartoffelvollernder reingefahren. Sicherungsfall. Nicht gut, oder? Da bin ich nicht dran, aber es ist perfekt. Drei, dass ich jetzt nicht fertig finde. Ich bin ich ein Blitz des Unterwandes. Ich habe raus. Ich bin ein, was ich. Ich bin ein von der Bremen. Ich bin ein von der Bremen. Ich bin ein von der Bremen. Er muss da provisorisch abgespannt werden, das ist ein Strommast, ein Eckpfosten. Das ist ein Strommast, ein Strommast. und hier Pfosten ersetzt und hier noch der alte, den werde ich brauchen für irgendwo im Betrieb einzusetzen.